Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich weiß nicht, was das soll, es ist alles so unnatürlich. Niemand weiß den Grund, wenn vermutet, nimmt an, aber beweisen kann es niemand. Auch wir reden nur, jeder Gedanke daran ist eigentlich umsonst. Von Wort zu Wort wird das Rätsel größer. Auch wir reden auch da. Das erinnert mich an ein Ereignis aus meinem Leben. Es war in Innsbruck. Ich gehe an einer Tribüne vorbei. Ja genau so ist es. Es wird einfach nichts draus. Wer bemüht sich schon drum? Wer sucht schon einen neuen Lebensstil? Man bleibt lieber im Alltagstrop, bevor man ein bisschen nachdenkt. Ja genau so ist es. Irgendwann aber muss alles zu Ende gehen. Das kann niemand aufhalten. Die Frage aber ist, wann? Vielleicht heute, vielleicht morgen. Man müsste nur den Fehler erkennen können. Den Fehler an der Welt. Das Leben ist die Suche nach dem Fehler an der Welt. Und wenn man ihn gefunden hat, zerbricht man daran. Und wieder ändert sich nichts. Was bleibt, ist Theater und Resignation. Warum sollen wir und noch den Kopf zerbrechen? Es führt doch zu nichts. Und wieder RNA-Gehlodinnen. Es führt doch den Kopf zu Ende. Duster. Die Sahne waren. Wir werden, wenn ich nicht so lange. Wie soll ich erst. Ich sage, dass die構 aus der Welt viel zu Ende. Die Frage ist, wie soll ich mich nicht so lange. Ich sage, würde ich nicht so lange. Ich sage, wobei es nicht so lange nicht so lange ist. Ich sage, finde ich krumpe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020